herzlichen willkommen zurück auf mein kanal ich bin es euer wuhtal matti und ich präsentiere euch heute mal wieder eine kleine flohmarkt ausbeute je heute früh habe ich in mein handy geguckt es ist ein flohmarkt in remscheid nein nicht der möbelhaus knappstein sondern am schützenplatz in remscheid also ein kirmesplatz platz riesengroß natürlich nicht ganz bebaut mit ständen viele stände kannte ich sogar von knappstein muss ich ganz ehrlich sagen für die betreiber aber ich habe einiges gefunden ich sag mal alles nur dvds davon ein jule case vier snapper und der rest normale dvd aber es sind filme wo ich sagen muss ja snapper sofort nehme ich ja gerne mit den einen wollte mal wieder sehen den anderen kann ich mich gar nicht dran erinnern und den dritten da eben halt immer war gut kann man nicht mal wieder angucken aber ich würde euch gerne jetzt mal präsentieren als erstes beim ersten stand der war auch schon mal beim hornbach im wuppertal zu sehen der typ aber da muss ich sagen er hat ausgeschüttet dvd ist zwei euro ja und dann filmen eine serie dann wieder froh dvd in der serie zwei euro haben das heißt dann wenn er 6 dvd sind wieder mal in 12 euro aber ich habe da ein film gesehen wo ich sagen muss ja den hast schon ewigkeit nicht mehr gesehen du stehst ja auch so filme wie friday barbershop und er kommt in der richtung mit hin und es ist ein film mit snoop doggie dogg kevin hart und den ex man von eben hat der dicken hier rosen barnes wie heißt dann noch mal tom so und so viel keine ahnung da auch in den exen bund mitspielt und zwar so plane von mgm ab zwölf jahren nichts tolles kann man wirklich nicht vergleichen mit friday oder ehemal hier barbershop aber ich fand den lustig bei der erste richtung und für kleines geld nämlich sowas gerne mal mit disk sieht super aus wo ich mal gerne raus wirklich einfach schlicht sauber funktioniert habe ich schon eben geguckt und das war so gesehen der erste film nicht mehr auf dem flohmarkt in rennstadt gegönnt habe so plan ab zwölf jahren aber die vorderseite und die rückseite ja dann bin ich weiter rumgeschlendert hinter so ein stand der auch spiele hatte und da waren dann auch dvd und dann würde ich in seine kiste rum und findet den film ein film mit jane march gute frage nächste frage und bruce walter will es im jule case von bmg colors of a night soweit ähnliches wie basic instant werde ich mal sagen wenn ich mir den trailer richtig angesehen habe ab 16 jahren alle trailer wie immer unten in der infobox mit verlinkt ich meine ich habe den einmal gesehen ja aber schon lang 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 ja das ist ein psychophiler wie ich hier hinten sehe ich würde euch auch gerne mal die rückseite zeigen da muss ich nur jemand halten zu halten weil man die mimis sogar schöne manchmal so und einmal hier die rückseite vom film kalabiner aber dazu kann ich auch absolut nicht sagen aber so auch hier die desktop in print aber auch da wieder sind mimis zu sehen machen das mal so und das war der zweite film nicht mehr auf dem flomack gegönnt habe color of a night mit bruce walter wille und jane march ab 16 jahren für kleines geld dann am dritten stand dem film den ich früher lustig fahren und den einfach jetzt mitnehmen wollte weil den kriegt man auch so nicht mehr großartig also im film mit wins von ben stiller christian tyler und rip form report ist von man im black man ja noch die filmerei erkennt voll auf die nütze dodgeball sonderausstattung worum geht wenn stiller brennen 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 oder wie ist das noch schreibt mir unten in den kommentar nennen wir es dodgeball wie hier spieler wo man sich mit den bällen beschließen muss und wenn man nicht fängt ist man raus ja bei der erstsichtung war lustig wie er jetzt ist keine ahnung aber ich habe ihn jetzt in meiner sammlung und kann mir den endlich mal wieder reinziehen aber die vorderseite und die rückseite von voll auf die nüsse mit wins von und ben stiller ab zwölf jahren ja mal ja aber so muss ich dann sagen war der flohmarkt so schleppend da waren dann zwei schallplatten dealer wo aber einer auch eine kleine kleine kiste hatte mit musik dvds also konzert dvd und ich würde umgefallen direkt zwei auf und die habe ich sofort mitgenommen pro stück wollte der 250 haben war mir auch da egal weil es sind snapper käse es ist ein snapper case vom konzert let's apple in the song remains the same jetzt erschießt mich nicht was letzte berlin für lieder geschrieben hat aber es ist ein top erhältnis warner brothers knapper case und dann noch ein konzert video und deswegen habe ich es mit hat eine spieldauer von 132 minuten und deshalb zwölf jahren und vor allem der verschluss sauber klickt noch schön und auch hier disk sauber alles top erhalten und da kann ich nicht nein zu sagen zu ein top erhältnis never case und dann mein erstes konzert video und die rückseite von letzter berlin das song remains the same das war ja nicht die einzigste dvd die ich damit genommen sondern auch noch eine zweite und zwar auch wieder ein konzert video das habe ich schon mal beim pika schien gesehen grüße gehen raus an dich mein freund und zwar es ist ein konzert von rolling stones die band die auf der bühne verratet und zwar the rolling stones bridges of babylon oder bridges to babylon i can get no satisfaction tolly hat rolling stones also das ist auch eine band die sogar der großvater mit seinen enkelsohn oder enkeltochter noch eine grandiose band grandiose musik und ein top erhaltenes never case von rolling stones bridges to babylon tour 97 bis 98 97 97 da war ich 17 98 wurde ich 18 alter verwalter bin ich ein alter sagt ja hammer aber sogar die urenkel von meiner mutter kennen die rolling stones schon aber die vorseite und die rückseite und diese dvd ist ab null jahren und mein zweites napper was ich mir geholt habe ja dann bin ich kurz vorm ende noch mal einen stand vorbeigang sie seite auch das in europa tvd wiederum ja super nämlich auch direkt mit film habe ich hier schon umstehen versteht er da steht er hier zieht man so ein bisschen auf aber jetzt habe ich den auch im maus napper case aber der bleibt trotzdem in meiner sammlung drin und zwar steve mcqueen ist bullet ab 16 mit der längsten verfolgungsjagd szene mit zwei schönen autos ab 16 jahren auch hier das napper top erhalten und ich habe wieder weiteres napper case wie meine sammlung und ich bin richtig richtig happy aber die vorseite und die rückseite ich glaube den film schaue ich mir heute ja mal wieder den haben schon ewig ewigkeiten nicht gesehen ein snapper von steve mcqueen bullet jetzt ein film den ich früher richtig gut fahren und den auch zu einem schönen kinderfilm halte muss ich ganz ehrlich sagen auch für junge und alten film mit eben halt der guten alten whoopie goldberg nein es ist nicht sister es ist auch ein film mit radio lotter der leider viel zu früh verstorben ist ein grandioser schauspieler in meinen augen karina karina worum geht radio lotter ist ein witwer der seine frau verloren hat natürlich berufstätig ist und hat ein kleines kind und dieses kleine kind soll ja nicht alleine zu hause sein und er sucht ein kindermädchen und das wird dann whoopie goldberg natürlich in der zeit wo rassentrennung noch war wo die afrikanischen oder die afroamerikanischen frauen und männern nicht zu sagen hatten amerika sondern nur wirklich als haushälterin genutzt wurde toll richtig toller film ab null jahren und ich habe diesen film endlich mal in meiner sammlung einmal die volle seite und die rückseite natürlich standard dvd aber eine top dvd für mich und jetzt der letzte film wo ich sagen muss ja snapper kleine dalle drin kleberreste und ein bisschen am kann abgenutzt aber es ist ja alles nur pappe papilla papilla aber es empfunden der sagte mir gar nichts es spielt mit john cusack und eben hat kevin spacey vom regisseur und produzenten clint eastwood ja clint eastwood und clint ist wochen gehen ja einigermaßen vor allem wenn der regie für und zwar ist das der film mitternacht im garten wurde mir wieder lebt von gut und böse trailer habe ich mir jetzt angeguckt sagt vielversprechend aus hier seht ihr auch da ist ein bisschen nach wo ist es da kleberreste und hier ist auch eine kleine dalle drin und hier ein bisschen ab genug aber jetzt zurück zum trailer der trailer vielversprechend auch und ich habe mir dann gedacht ja da kannst du dich glücklich schätzen diese film im snapper zu haben wäre auch so gesehen meine aller allererste erstrichtung von den film weil der film sagt mir absolut nicht kennt ihr den film mitternacht im garten von gut und böse dann schreibt sie mir mal unter den kommentaren würde mich mal brennt interessieren was ihr von dem film haltet ab zwölf jahren 159 minuten natürlich wieder ein film wo man sehr viel sitzfleisch haben möchte muss aber top erhalten ist der paket für eine art und weise für kleines geld eben halt mitgenommen aber die vorderseite und die rückseite vom snapper auch hier der verschluss ist noch dran bis sieht gut aus innen sieht alles gut aus nur eben halt wirklich gehst du zu einer seite hier ist ein bisschen luft drin das sieht man hier oder da eine kante sieht man ein kleines geld nimmt man sowas mit genau und das war so gesehen der letzte film die ich mir auf dem flomarkt in remscheid auf dem schützen platz gegönnt habt was haltet ihr von meiner ausbeute ist es jetzt nicht viel salat bei mir nicht runter aber doch schon etwas schönes dabei für mich kennt ihr einige filme wenn ja schreibt mir in den kommentar was haltet ihr von den rolling stones oder von led zeppelin hilft mir was für lieder haben sie gemacht oder kann man das hier hinten sehen vielleicht erkenne ich dann ein lied ich weiß es nicht ich bin ja doof stay away to heaven danke danke ja jetzt weiß ich was letztendlich ja ich bin bin ich mir gerne in den kommentar möchte die musik von led zeppelin oder rolling stone mag ihr die filme wie corinna corinna würde mich brennend interessieren aber ich würde sagen mach dich mal solle bis demnächst und tschüss euer wutal schmerd сейчас jetzt ja Untertitelung des ZDF, 2020